Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne Lorenz von Wirksam Kommunizieren und bei mir dreht sich alles rund um die Themen Kommunikation, Präsentation und was du als Führungskraft machen kannst, damit du dich weniger ärgerst und entspannter arbeiten kannst. Ich finde es immer ganz wichtig, gerade wenn man vielleicht auch noch nicht so lange in der Führungsposition ist, sich mal bewusst darüber zu werden, was für Rollen man eigentlich so den ganzen Tag über einnimmt. Und was meine ich damit? Als Führungskraft bist du ja ein Vermittler einerseits zwischen beispielsweise deinen Mitarbeitern und auch den Führungskräften über dir. Du bist ein Stück weit vielleicht auch Seelsorger, du bist ein Berater, du bist Verkäufer, du hast verschiedene Funktionen sozusagen inne, denen du im Laufe des Tages versuchst gerecht zu werden. Und viele Führungskräfte, die ich kenne, fühlen sich oft dadurch hin- und hergerissen und deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du mal für dich sozusagen eine Bestandsaufnahme machst. Dass du mal für dich schaust, welche Rollen nehme ich eigentlich den ganzen Tag über auf Arbeit so ein. Und dass du dir da wirklich mal eine Liste machst und auch guckst, was machst du vielleicht, weil du denkst, dass andere das von dir erwarten, was machst du, also welche Rollen nimmst du ein, weil du das irgendwie von dir selbst erwartest. Dann hast du am Ende eine Auflistung von den verschiedenen Rollen, wie beispielsweise Vater, Mutter, Seelsorger, Berater, Vermittler, Streitschlichter und so weiter. Und dann kannst du im nächsten Schritt einfach mal gucken, bei welchen diesen Rollen fühlst du dich eigentlich wirklich wohl und bei welchen ist es eher so, dass du sagst, ach, das will ich eigentlich gar nicht. Dass du da auch für dich halt mal guckst, was willst du eigentlich in Zukunft so weitermachen und wo macht es vielleicht doch Sinn, diese Rolle einfach sein zu lassen. Im nächsten Schritt kannst du dann auch mal für dich gucken, damit du mehr Klarheit bekommst, mit was für Aufgaben sind denn eigentlich diese verschiedenen Rollen verbunden. Dass du auch da mal guckst, okay, wenn ich in der Rolle bin, dann sollte ich eigentlich das und das tun. Und wenn ich beispielsweise in der Vermittlerrolle bin, dann klar führe ich Gespräche, dann habe ich Einzelgespräche, da habe ich vielleicht auch mal irgendwie eine Moderation. So, dass du für dich mehr Klarheit bekommst, welche Aufgaben eigentlich mit den verschiedenen Rollen verknüpft sind. Und dann könntest du dir als Hilfestellung auch überlegen, ob du dir zu den verschiedenen Rollen verschiedene Bilder visualisierst. Also, dass du dir zum Beispiel vorstellst, wenn du in eine bestimmte Rolle bist, trägst du einen bestimmten Rollenhut oder auch eine Rollenjacke. So, dass du dir dann beispielsweise auch in der Pause überlegen kannst, okay, bin ich jetzt in meiner Rolle als Führungskraft, bin ich in meiner Rolle als Kollege oder ähnliches. Und dir dann einfach vorstellst, dass du sozusagen diesen Hut aufsetzt, der zu dieser Rolle gehört und dass du dann, wenn du in eine andere Rolle switchst, sozusagen, dann auch diesen Hut wieder abnimmst. Probier das doch einfach mal aus. Aus meinem Coaching und aus meinem Training habe ich da gute Erfahrungen mit meinen Führungskräften gemacht. Denen hat das ein ganzes Stück weiter geholfen, für mehr Klarheit in Bezug auf ihr Rollenverständnis. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, überlege dir, welche Rollen hast du eigentlich alle? Zweitens, überlege, von wem kommt die Erwartung eigentlich? Ist es deine eigene oder auch von jemand anderem? Drittens, gucke, mit welchen Rollen fühlst du dich wirklich wohl und welche solltest du vielleicht doch eher sein lassen? Viertens, schau dir an, was sind die verschiedenen Aufgaben, die zu den unterschiedlichen Rollen halt auch gehören. Und fünftens, überlege dir, ob du dir ein Bild dazu überlegen möchtest, zu den einzelnen Rollen. Sei es jetzt irgendwie ein Hut oder eine Jacke oder was auch für dich halt irgendwie passend zu sein scheint. Und dann hast du am Ende einfach eine Analyse von deiner Rollensituation und kannst halt gucken, wo du daran was verändern möchtest und wo du sagst, damit fühle ich mich ganz wohl. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich, wenn du hier meinen Videokanal sozusagen auf YouTube abonnierst oder auch auf wirksam-kommunizieren.de gehst und dort dir die Newsletter dazu auch anschaust und ihn auch abonnierst. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!